Zur Ultraschall geführten Katheterisierung der Vena jugularis interna wird ein Linearschallkopf im venösen Untersuchungsmodus longitudinal positioniert. Der Patient befindet sich in Rückenlage, mit dem Kopf leicht zur kontralateralen Seite gedreht. Der Anwender befindet sich am Kopfende des Bettes. Der Schallkopf wird transversal direkt unter dem Apex des Musculus sternocleidomastoidius dreiecks positioniert. Die Orientierungsmarkierung weist zur 9-Uhr-Position der linken Körperseite des Patienten. Die auf dem Ultraschallbild superficiell zu erkennende Struktur ist der Musculus sternocleidomastoidius. Tiefer ist die Vena jugularis interna als dunkle, anechogene, elliptische Form erkennbar und durch Druck mit dem Schallkopf komprimierbar. Die Arterie ist rund und pulsatil. Die Schilddrüse liegt medial zu diesen Strukturen und weist ein hellgraues Echosignal auf. Um eine Längsachsenansicht des Gefäßes zu erhalten, wird die Vena jugularis interna im Bild zentriert und der Schallkopf um 90 Grad gedreht. Die Orientierungsmarkierung weist zum Kopf des Patienten. Im Ultraschallbild ist die Vene superficiell zur Karotis zu sehen. Die Nadel wird direkt proximal am Schallkopf in die Haut eingeführt. Danach wird sie langsam vorgeschoben, bis sie auf einer Ebene mit dem Schallkopfstrahl liegt und als helle, hyperechogene, lineare Struktur zu erkennen ist. Die Nadel wird unter direkter Ultraschallsicht langsam vorgeschoben, bis zu sehen ist, wie die Spitze die Vena jugularis interna eindrückt und dann punktiert. Die Nadel sollte vorgeschoben werden, bis die Nadelspitze im mittleren Teil der Vena jugularis liegt.